Kann ich das alles bitte nochmal hören? Oh no! Immer wieder Österreich! Was ist in Österreich bitte nicht ganz in Ordnung? So absurd ist die Politik in Österreich. Und das klingt ja interessant. Leute, in Deutschland geht es ja politisch ständig ziemlich rund. Und über die letzten Jahre hinweg haben sich da so einige Skandale und Absurditäten angehäuft. Aber die Lage in Deutschland ist nichts im Vergleich zur Politik in Österreich. Leute, das hat teilweise Soap-Charakter. Man muss sagen, die Österreicher sind schon ein spezielles Volk. Also politisch gesehen. Noch vor wenigen Jahren haben Konservative bei uns wegen ihm hier noch alle neidisch über die Alpen geschielt. Sebastian Kurz, der sogenannte Wunderwutzi. Jung, dynamisch. Bis er von Jan Böhmermann gecancelt wurde. Darts tragen. Und dann unter anderem über Korruptionsvorwürfe gestolpert. Und auch seit kurz 2021 aus der Politik ausgeschieden ist, ist es in Österreich nicht ruhiger geworden. Im Gegenteil. Am 29. September Österreich ist das politische Amerika Europas. Wählt Österreich ein neues Parlament. Und wir haben uns gedacht, Grund genug, um euch mal einen Überblick zu geben. Und euch in die absurde Welt der österreichischen Politik mitzunehmen. Auf geht's! Was für uns die Bundestagswahl ist, ist für Österreich die Nationalratswahl. Ich dachte, das wäre England. Nee, England steht für sich selbst. Order! Bruder, das gibt's nicht mal in Amerika. Am 29. September wird entschieden, welche Partei die größte Chance hat, eine neue Regierung in Österreich zu bilden. Samt Kanzler. Den haben die dann nämlich auch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was haben die denn eigentlich für Parteien? We got you. Einmal flott im Schnelldurchlauf. Da gibt's die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme FPÖ in Deutschland am ehesten vergleichbar mit der AfD. Die führt seit Monaten die Umfragen an. Das Spannende ist, die FPÖ gibt's im Gegensatz zur AfD schon ewig. Seit 1955. Früher war sie aber eher eine wirtschaftsliberale Partei, die sich... Genau wie die AfD. Kappa. ... sich nach und nach und nach immer weiter nach rechts entwickelt hat. Dann gibt's die Mitte-Rechts-Partei... Das ging bei der AfD nur schneller. ... der ÖVP, wohl noch am ehesten mit der Union zu vergleichen. Die steht in den Umfragen im Vergleich zur Zeit von Sebastian Kurz heute deutlich schlechter dar. Dann kommt die SPÖ, ihr denkt's euch schon, die Sozialdemokraten. Und auch die liberalen Neos werden ziemlich sicher Teil des Parlaments sein. Die kann man am ehesten mit der FDP vergleichen. Die Neos sind erst vor etwas mehr als 10 Jahren gegründet worden und haben die liberale Lücke besetzt, die die FPÖ gelassen hat, als sie nach rechts außen gezogen ist. Dann gibt's noch die Grünen. Die werden ziemlich sicher ebenfalls reinkommen. Die Grünen! Denn auch die Bierpartei hat gute Chancen ins Parlament zu kommen. Und wenn ihr jetzt denkt, Bierpartei? Ja, da geht's wirklich um Bier. Mit Slogans wie Make Wien Dicht Again ist die Partei seit Jahren unterwegs. Es muss nicht immer ein Rausch sein. Man kann auch mit zwölf Bier Spaß haben. Zu einem ihrer ersten politischen Vorhaben gehörte die Forderung nach einem Bierbrunnen für Wien. Der Bierbrunnen sollte hier am Wiener Schwarzenbergplatz stehen. Und wir werden einfach das Wasser abbumpen und Bier einpumpen. Zu denen haben wir schon mal ein längeres Video gemacht, verlinke ich euch. Tatsächlich ist die Bierpartei in der jüngeren Vergangenheit auch mit einigen normaleren, ernsteren Themen und eher linksliberalen Forderungen an den Start gegangen. Zum Beispiel zu Wirtschaft, Gesundheit und Wohnungsnot. In so manchen Bezirksvertretungen in Österreich ist sie auch schon vertreten und macht auch da ganz normale Politik. Im Kern bleibt sie aber doch eine Satirepartei. Und nicht nur die Bierpartei will gerne in den Nationalrat einziehen, sondern auch die Kommunistische Partei Österreichs. Die KPÖ Kommunisten könnten das erste Mal seit 1959 wieder den Sprung ins Parlament schaffen. Das ist schon verdammt lange her. Die KPÖ liegt aktuell zwischen 2 und 4 Prozent. Es wird also eher knapp. Eine Chance hat sie aber. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine Kommunistische... Die Kommunistische Partei Österreichs kommt ins Parlament? Die Kommunistische Partei Österreich hat weniger Stimmen als die Bierpartei? Die Kommunistische Partei in einem Bundesparlament. Inklusive radikaler Ziele wie die Auflösung aller Armeen. Die KPÖ ist am ehesten vergleichbar mit den Linken tatsächlich. Also ist sie unwählbar? Die Nationalratswahl wird die KPÖ eher mit sozialen, bodenständigen Themen punkten wie bezahlbares Wohnen und eine Kindergrundsicherung. Damit konnte sie in einigen Großstädten und Bundesländern in Österreich sogar schon krasse Erfolge feiern und regiert dort sogar teilweise. Auch zur KPÖ haben wir schon mal ein ganzes Video gemacht, verlinke ich euch ebenfalls. Aber wie kommt es, dass unter anderem eine radikal Linke und eine Satirepartei bald im österreichischen Parlament sitzen könnten? Tatsächlich haben sich die etablierten Parteien in den letzten Jahren so viele Skandale geleistet, die ihnen manchmal mehr, manchmal weniger geschadet haben. Fangen wir doch mal mit der Mutter aller Skandale an. Da hat bestimmt der ein oder andere von euch schon mal was von gehört. Die Ibiza-Affäre. Oh ja. Das war schon 2019. Damals wurde ein heimlich aufgenommenes Video öffentlich, in dem er hier eine Hauptrolle gespielt hat. Der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Tatsächlich hatte die rechtspopulistische FPÖ damals, seit circa anderthalb Jahren, zusammen mit der ÖVP von Sebastian Kurz eine Regierung gebildet. Das war schon krass. Denn nochmal kurz zur Einordnung. Die FPÖ war zu dem Zeitpunkt schon politisch mit der AfD vergleichbar. Die Frage, die ich mir stelle, ist, würde der Ibiza-Skandal heute die gleichen Auswirkungen haben? Oder würden die Leute einfach sagen, Jumai, Jumai? Im heimlich aufgenommenen Video ist eine angebliche Oligarchennichte zu sehen, die angibt, eine Viertelmilliarde in Österreich investieren zu wollen. Und die andeutet, dass es sich dabei um Schwarzgeld handelt. Die Frau bietet an, bei der größten Zeitung des Landes einzusteigen, der Kronenzeitung. Strache verspricht ihr Vorteile, wenn die Zeitung parteiisch pro FPÖ berichtet. Zum Beispiel lukrative staatliche Aufträge, wenn sie eine Baufirma in Österreich gründet. Strache war damals aber auch nicht alleine zu sehen. Sein ehemaliger Fraktionsvorsitzender, Johann Godenus, war auch dabei. Das ist wild. Am Ende kam raus, die angebliche Oligarchennichte war ein Lockvogel. Das Video hat ein österreichischer Privatdetektiv zu verantworten, der den FPÖ-Politikern eine Falle gestellt hat. Das hat damals die komplette Regierung zerfetzt. Strache und Godenus räumten alle Funktionen und Ämter und nach einem Misstrauensvotum, wenige Tage später, gab es Neuwahlen. Heiko Maas, damals deutscher Außenminister, nannte die ganze Affäre nochmal wie Das ist sicherlich ein neuer Tiefpunkt der politischen Kultur. Und mit dem Ibiza-Video ist es bei der FPÖ ja nicht getan. Es gibt einen weiteren Skandal, dessen Ausmaß erst über Jahre hinweg sichtbar geworden ist. Der sogenannte Verfassungsschutzskandal. Schon 2018 gab es mehrere Durchsuchungen bei Mitarbeitern des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Dabei wurden große Mengen sensibler Daten sichergestellt. Anlass waren Hinweise auf angeblichen Amtsmissbrauch des Direktors von einiger seiner Mitarbeiter. Die Durchsuchungen der Behörde wurden vom Innenministerium angeordnet und da wird's brisant. Innenminister war zu der Zeit Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ. Der Verdacht, hat der FPÖ-Mann aus Parteiinteressen gehandelt und seine Position genutzt, um sich Infos aus der Behörde zu verschaffen? Ja, der Kickl, der hat sich mit seinen Privatpolizisten Daten aus dem österreichischen Verfassungsschutz geholt, damit die nicht weiter ermitteln können gegen FPÖ-Leute oder Kickl und oder dasselbe. Wundervoll. Etwa zum Stand von Ermittlungen gegen Rechtsextreme, die mit der FPÖ Kontakt haben. Ein Gericht hat die Durchsuchung später größtenteils für unverhältnismäßig und damit illegal erklärt. Na und? International sorgte der Fall für Aufsehen. Der Ruf des österreichischen Verfassungsschutzes war zerstört. Andere Geheimdienste hatten Sorge, mit den Österreichern geheime Infos zu teilen. Später wurde das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz aufgelöst und durch eine neue Behörde ersetzt. Und mit der Zeit kamen noch... Unfassbar, Bro. ...mehr Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem österreichischen Verfassungsschutz ans Licht. Und dabei geht's um nichts Geringeres als Spionageverdacht. Sagt euch der Name Wirecard noch was? Na? Ein damaliger Finanzdienstleister, der einfach mal drei Milliarden Euro in seinen Bilanzen erfunden hat. Einer der Verantwortlichen damals, Jan Marsalek. Der ist dann untergetaucht und später kam raus, er soll aus Russland einen Spionagering geleitet haben. Und sich dort als orthodoxer Priester getarnt haben. Bruder, also manchmal bin ich vor solche Sachen einfach ein Glossar. Ich bin, was das angeht, einfach ein Glossar. Ich höre sowas und dann merke ich mir das und dann packe ich das irgendwo hin und dann krame ich das irgendwann wieder aus. Russische James Bond einfach. Kein Witz. Und der Typ soll eingefädelt haben, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ihm geheime Informationen gegeben hat. Und jetzt kommt's. Der damalige Verfassungsschützer soll außerdem Informationen an einen damaligen FPÖ-Politiker weitergeleitet haben, unter anderem die Identitäten anderer Verfassungsschutzmitarbeiter. Und das ist nur die Kurzversion. Gegen beide Männer, den Ex-Verfassungsschützer und den Ex-FPÖ-Mann wird und wurde aus unterschiedlichen Gründen ermittelt. Beide wurden kürzlich wegen des Vorwurfs der Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt und beide Männer bestreiten den Vorwurf. Apropos Russland, da wirkt der Fall Karin Kneisel fast noch harmlos. Die von der FPÖ nominierte parteilose Politikerin war von 2017 bis 2019 Österreichs Außenministerin und ist besonders wegen diesem Video hier in Deutschland bekannt. Oh, schön. Ach, die guten alten Zeiten. Für die Sicherheitsmaßnahmen bei der Hochzeit hat der Staat allein 222.750 Euro ausgegeben. Schnäppchen. Damals scheint sie sich aber vor allem in den russischen Diktator verliebt zu haben. Heute lebt die Ex-Politikerin in Russland, macht Lobbyarbeit für Putin und ist seit kurzem die russische Botschafterin für den Armurtiger. Was noch sonst? Und Leute, wir sind hier immer noch bei der FPÖ. Es kommen gleich noch andere Parteien, aber einen haben wir da noch. Einige FPÖ-Politiker besuchten 2023 auf eigene Faust die Taliban in Afghanistan. Nochmal kurz zur Erinnerung, die islamistischen Taliban sind seit 2021 wieder an der Macht in Afghanistan. Sie verbannen seitdem Frauen wieder weitgehend aus dem öffentlichen Leben, verfolgen Minderheiten und lassen Menschen öffentlich auspeitschen und hinrichten. Die Politiker bemühten sich bei ihrer Reise um die Freilassung des 84-jährigen österreichischen Rechtsextremisten Herbert F. Mit seiner Reise nach Afghanistan hatte der wiederum zeigen wollen, dass es sich um ein sicheres Land handele und Geflüchtete deshalb dorthin zurückgeschickt werden können. Kann ich das alles bitte nochmal hören? Kann ich das bitte alles nochmal hören? Die Politiker bemühten sich bei ihrer Reise um die Freilassung des 84-jährigen österreichischen Rechtsextremisten Herbert F. Warum war der in Afghanistan? Mit seiner Reise nach Afghanistan hatte der wiederum zeigen wollen, dass es sich um ein sicheres Land handele und Geflüchtete deshalb dorthin zurückgeschickt werden können. Nach seiner Einreise wurde er dann schon wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen von den Taliban. Alles völlig gaga. Ob der Besuch der FPÖ-Männer geholfen hat, zumindest kam der Mann ein paar Monate später wieder frei. Hat er 1000 Euro Handgeld bekommen, bevor er dahin gereist ist? Wilde ist, all diese krassen Fehltritte seitens der FPÖ schrecken die Wählerschaft scheinbar nicht ab. Das bedeutet, man könnte ja AfD-Abgeordnete zur Dokumentation der sicheren Umstände Afghanistans nach Afghanistan schicken und dann einfach mal gucken, was passiert. Das wäre eine realistische Umsetzung der Abschiebung von rechtsextremen Kräften. Wir geben denen einfach 1000 Euro Handgeld und die sollen überprüfen, ist das ein sicheres Land das? Klar ging es 2020 in Umfragen teilweise runter bis auf nur 10 Prozent, doch schon ein Jahr später war die FPÖ schon wieder zurück bei 22 Prozent. Mittlerweile liegt die FPÖ in den Umfragen zur Nationalratswahl bei 26 bis 31 Prozent und damit klar vor ihrem stärksten Konkurrenten der ÖVP. Apropos ÖVP. Die bürgerlich-konservative Partei ist grob das Gegenstück zu CDU und CSU in Deutschland, also wertkonservativ und marktliberal, aber im Vergleich zur Union etwas autoritärer. Auch die ÖVP hat in den letzten Jahren ganz schönen Mist gebaut. Zum Beispiel die Schredder-Affäre. Nur sechs Tage nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos schreddert ein Mitarbeiter von Kanzler Kurz einfach mal so fünf Festplatten. Dreifach. Ein Überwachungsvideo der Tat tauchte kurze Zeit später auf. Und es kam raus, der Mitarbeiter aus dem ÖVP-geführten Kanzleramt gab bei der damit beauftragten Firma einen falschen Namen an. Wollte die ÖVP etwas vertuschen? Den Verdacht erhärteten zumindest Erkenntnisse eines Untersuchungsausschusses. Da tauchten nämlich Dokumente auf, die nahelegten, dass unter den geschredderten Datenträgern zwei Laptop-Festplatten waren. Die ÖVP hatte bis dato behauptet, es habe sich ausschließlich um Drucker-Festplatten gehandelt. Bis heute ist nicht geklärt, was genau auf den Festplatten gespeichert war. Das Verfahren wurde inzwischen von der Staatsanwaltschaft Wien eingestellt. Und nach dem Ibiza-Video gab es noch mehr Ermittlungen gegen die Kurz-Regierung. Es folgte die sogenannte Inseraten-Affäre. Ermittler beschlagnahmten das Handy von Thomas Schmidt, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, und fanden hunderte verdächtige Chats. Und zwar unter anderem zwischen Thomas Schmidt, Sebastian Kurz, Pressesprecher im Finanzministerium, und der Ex-Familienministerin Sophie Kammersin, die zwischen 2013 und 2017 auch Meinungsforscherin war. Und dabei geht es um einen ziemlich krassen Vorwurf. Kurz soll über viele Jahre hinweg, seit 2016, gefälschte Meinungsumfragen erstellt haben lassen, und das auch noch aus dem Budget des Finanzministeriums bezahlt haben. Okay, ja, das weiß ich. Und was bei der Inseraten-Affäre ans Licht kam, ist enorm brisant. Denn anschließend sollen Kurz und seine Leute auch noch positive Berichterstattung über diese Umfragen im Austausch gegen Inserate bestellt haben. Chats dazu sahen aus wie dieser hier. Neue Werte. Call me Mr. Umfrage. Danke dir. Gar nicht so super, oder? Also das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne, bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ heran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Vor allem Wirtschaftswert war wichtig. Außerdem gab es Haben Politiker keinen Anstand mehr heutzutage? Ich verstehe die Frage nicht. Die Antwort ist nämlich offensichtlich nein. Nachrichten wie diese hier an die Gebrüder Fellner, denen zahlreiche österreichische Medien gehören, unter anderem die überregionale Zeitung Österreich. Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch Private Story von Schelling. Das ist eine echte Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer. Mega sauer. Verstehe ich voll. Melde mich in 30 Minuten. Mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch. Okay? Wolfgang Fellner. Und Schmidt hat sich auch immer wieder mit Kurz über die neuen Umfragen ausgetauscht. Ex-Bundeskanzler Kurz wird außerdem mit Sätzen wie Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Zitiert. Oktober 2021 haben Ermittler das Bundeskanzleramt, die Parteizentrale der BundesöVP und das Finanzministerium durchsucht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Können wir Österreich nicht einfach an Bayern anschließen und dann Österreich und Bayern von Deutschland ausgliedern? Die sollen dann einfach was eigenes machen? Kurz bestreitet die Vorwürfe. Aber es geht noch weiter. Nach Ibiza-Affäre und Inseraten-Affäre gab es einen Untersuchungsausschuss des Parlaments. Dort ist auch Sebastian Kurz zur Aussage vorgeladen worden. Es ging unter anderem um Thomas Schmidt und seinen neuen Posten bei einer staatlichen Holding. Und ausgerechte Chats mit Thomas Schmidt brachten Kurz in Bedrängnis. Kurz soll bei der Besetzung von staatsnahen Aufsichtsratsposten mitbestimmt haben und später darüber gelogen haben. Chats zwischen Thomas Schmidt und Sebastian Kurz sprechen in deutliche Sprache. 2024 hat ein Gericht Kurz zu acht Monaten auf Bewährung wegen Falschaussage verurteilt. Kurz hat angekündigt, Berufung einzulegen. Anders als bei der FPÖ scheinen sich all diese Affären auch deutlich in den Umfragen zu zeigen. 2019 katapultierte Sebastian Kurz die ÖVP Bayernreich oder Österbayern? Bayernreich. ...P bei den Nationalratswahlen mit 37,5% auf den ersten Platz. Fünf Jahre später, Kurz hat sich aus der Politik zurückgezogen, liegt die Partei nur noch bei um die 24%. Genau wie der Name des in Ungnade gefallenen Ex-Bundeskanzlers war die Amtszeit des Nachfolgers. Kurz. Uff. Alexander Schallenberg, vorher Außenminister, war nur 52 Tage Bundeskanzler. Er wurde von vornherein als Platzhalter für Sebastian Kurz angesehen, von dem sich einige erhofft hatten, dass er nach der Inseratenaffäre doch wieder zurückkehrt. Als sich abzeichnete, dass es nicht der Fall sein würde, machte er für den neuen ÖVP-Chef Karl-Nehhammer-Platz. Schallenberg wurde wieder Außenminister. Manche Aktionen in der österreichischen Politik fallen aber auch einfach unter das Stichwort fette Minus-Aura. Die SPÖ... Boah, cringe. ...z.B. hat auf ihrem Parteitag letztes Jahr einfach mal den falschen Parteichef ernannt. Klassischer Fall von zu früh gefreut. Hans-Peter Doskozil... Oh ja, das habe ich mitbekommen. ...dachte da noch, er sei der neue Parteichef der Sozialdemokraten. Da gab es irgendwas bei der Auszählung, ist falsch gelaufen. Wenige Tage später kam dann aber raus... Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste... ...wurde das Ergebnis vertauscht. Man sollte meinen, dass man das vielleicht ein bisschen besser... ...in einer hochtechnologischen, mit einer künstlichen KI ausgestatteten, dem Industriestand übergeordnetenen in einer Engine wurde leider ein Excel-Fehler festgestellt. Prüft, aber naja. Dann ist also doch Andreas Babler neuer Parteivorsitzender geworden. Das kam... Es ist, das ist manchmal so. ...kam übrigens nur raus, weil ein Journalist das Ergebnis nochmal nachgezählt hatte und ihm auffiel... Moment, da fehlt doch eine Stimme. Und dann wurde nochmal ein bisschen intensiver in die Excel-Tabelle geguckt. Stellt euch mal vor, das wäre der SPD passiert. Auch völlig gaga ist der Fall Lena Schilling. Die Grünen-Politikerin ist das neue Aushängeschild der Grünen in Österreich. Oh Gott, davon... Oh no. Oh no. Nur 23 Jahre alt, rhetorisch fit und dazu auch noch Österreichs bekannteste Klimaaktivistin. Und Spitzenkandidatin der Grünen für die vergangene Europawahl war sie auch noch. Junge, was ne Senkrechtstarterin. Uh-huh. Die andere Seite sieht aber nicht so cool aus. Schilling soll nämlich falsche Informationen und Gerüchte verbreitet haben, einen Journalisten diffamiert und Mitstreiterinnen gegeneinander ausgespielt haben. Einige Vorwürfe bestreitet sie, einige hat sie inzwischen zugegeben. Konkret hat sie zum Beispiel eine Affäre zwischen ihr und dem ORF-Moderator Martin Thür erfunden. Der hatte Schilling aber noch nie getroffen. Das ist ungefähr so, als würde Ricarda lang hingehen und einfach erzählen, sie hätte was mit Markus Lanz gehabt. Er ist doch komplett wild. Einem anderen Moderator soll sie fälschlicherweise Belästigungen unterstellt haben und außerdem hat sie behauptet, bei einem ihr bekannten Ehepaar sei es zu häuslicher Gewalt gekommen und nach einem Übergriff habe die Frau aus der Beziehung eine Fehlgeburt erlitten. Was ist in Österreich bitte nicht ganz in Ordnung? What? Mittlerweile hat sie sich bei dem Ehepaar entschuldigt und mit ihnen einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen. Das ist doch komplett crazy. Lena Schilling sitzt übrigens jetzt für die Grünen im EU-Parlament. Immer wieder Österreich. Immer wieder Österreich. Wundervoll. Gewählt ist gewählt. Fazit. Russische Spionage, Trips zu den Taliban, Datenschreddern, eine falsche Oligarchennichte, eine erfundene Affäre, mutmaßlich gefälschte Umfragen und ihr dachtet Andi Scheuer und Co. sind wild? Die Österreicher toppen wirklich nochmal alles. Da sind Geschichten dabei. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich aber auch die Bierpartei wählen, ehrlich. Da kannst du ja gar nicht entkommen. Da hat sich doch kaum jemand ausgedacht. Und ganz ehrlich, wie schafft man es, so viel Scheiße zu bauen? Und vor allem geht es für die Parteien teilweise auf und ab wie mit einem Fahrstuhl. So schnell vom absoluten Mustervorbild hin zum verstoßenen Sohn wie Sebastian Kurz hat es wohl kaum jemand geschafft. Bei der Nationalratswahl könnte außerdem jetzt tatsächlich die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft werden und außerdem die Bierpartei und die Kommunisten einziehen. Alles crazy. Bei all dem fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum jagt ausgerechnet in Österreich ein Skandal den nächsten? Naja, dann seid ihr nicht die Ersten. Und wie so oft, es gibt nicht die eine Erklärung. Mal wird eine zu große Nähe von Politik und Medien angeführt. Mal die Tatsache, dass die österreichischen Gesetze auf der einen Seite Amtsgeheimnisse besonders schützen, bis auf der anderen Seite beispielsweise aber kein Gesetz für Informationsfreiheit gibt wie in Deutschland. Da kann man sich also tendenziell recht sicher fühlen, wenn man Dinge unterm Deckel halten will oder vielleicht sogar jemanden bestechen will. Und das hier im Video war ja nur eine Auswahl der wildesten Skandale. Fallen den Ösis unter euch vielleicht ein paar mehr ein? Dann direkt in die Kommisskande. Leute, hier noch schnell den Abo-Button drücken, bevor er geschreddert wird. Ja, drückt mal da den Abo-Button. Das ist ja der komplette Fiebertraum, Digga. Ist der Benko nicht auch aus Österreich? Warum ist in Österreich so? Ich meine, wir haben auch Rechtsradikale so überall. In der Schweiz gibt es die, in Deutschland, aber in Österreich, Bruder? Du musst doch irgendwie ein bisschen zu viel Helium geatmet haben, bevor du den Kickel wählst, Alter. Zu viel Bergluft, zu wenig Sauerstoff. Immer wieder Österreich. Immer wieder Österreich. Hause. under Du war Prigent aber in der Schweizarbeit. birth Motor 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 Riger unten drücken, mich e want Italians flern Tour Siehe jetzt Los freuen und